Ich bin Sarah Vogel, Stabhochspringerin und Junioren-Europameisterin. Ich bin vor allem mental stark und kann in dem Moment, in dem es darauf ankommt, meine Leistung abrufen. Es ist gerade im Stabhochsprung so, dass man 99 schlechte Sprünge hintereinander macht und im Hundertsten sich immer noch genauso zusammenreißen muss. Ich bin immer der Meinung, wenn ich selbst nicht an mich glaube, wer soll es denn dann tun? Ich hatte ein unfassbar schweres Jahr, eine unfassbar schwere letzte Saison mit enorm vielen Zweifeln und bin hundertmal hingefallen und hunderteinmal aufgestanden. Ich glaube, das hat mich einfach bestätigt darin, dass wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht und es wirklich will, dass man es dann auch schaffen kann. Stimmt jetzt für mich ab!